Die Kickl-Atlaten hätten die deutlichen Sicherheitswarnungen des Ministeriums ignoriert, sagt Schallenberg. Dass sie dadurch die Bemühungen des Ministeriums gefährden und zugleich den Taliban und ihrer mittelalterlichen Politik eine Bühne bieten, scheint ihnen egal zu sein, ließ Österreichs höchster Diplomat seiner Verärgerung freien Lauf. Im Gespräch mit der Tageszeitung heute sagte der Ex-Kanzler, FPÖ-Chef Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Die FPÖ hat keinerlei Berührungsängste mit Extremismus aller Art. Das Vorgehen Mölzers und weiterer FPÖ-Politiker, die sich in Kabul mit dem Außenminister des Taliban-Regimes getroffen hatten, nannte Schallenberg dilettantisch. Wie berichtet, war der frühere EU-Parlamentarier und heutige Corona-Kolumnist Andreas Mölzer zum Staatsbesuch nach Kabul aufgebrochen, um mit den Extremislamisten zu verhandeln. Prompt hatte die afghanische Führung die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den umstrittenen Besuch zur willkommenen Eigen-PR genützt. Nicht nur FPÖ-Kritiker, sondern auch führende Köpfe der Partei fielen in Wien fast vom Sessel, als sie aus den Medien von der Reise Mölzers erfuhren. Umgehend distanzierte sich die Parteispitze vom Afghanistan-Abenteuer des Kolumnisten und Mitarbeiters der Kronenzeitung und sprach von einer Privatangelegenheit, von der sie nichts gewusst habe.